Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es weihnachtet sehr und leider muss ich Ihnen sagen, dass wir heute die letzte Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast senden. Für 2021. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Grüß dich, Daniel. Hallo, Patrick. Ja, wir haben uns heute etwas ganz Besonderes einfallen lassen zum Anlass von Weihnachten. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise durch die Geschichte von Batterien und E-Autos und präsentieren Ihnen hier einige Fakten, die Sie mit Sicherheit überraschen werden. Erneut haben wir dazu Herrn Professor Jürgen Janik hier im virtuellen Studio. Er ist Professor an der Universität Gießen und Mitglied beim Exzellenzcluster Polis. Grüß Sie, Herr Janik. Hallo, ich grüße euch beide und freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf. Sie haben uns bei einer gemeinsamen Aufnahme zur Folge von Feststoffbatterien damals auf eine Idee für diese Folge gebracht und uns ein Buch empfohlen, auf dem diese Folge jetzt so ein bisschen basiert. Das Buch heißt Bottled Lightning von Seth Fletcher. Genau, das ist ein Buch, das ist schon ein bisschen länger im Rennen, das ist so ungefähr vor zehn Jahren erschienen und habe ich in einer Phase gelesen, als wir sehr verstärkt in die Forschung an Batteriematerialien, Reaktionen in Batterien eingestiegen sind. Und ich weiß noch, ich hatte damals einen Urlaub in Südfrankreich, hatte das Buch mit. Ich habe gar nichts Arges dabei gedacht, aber als ich angefangen habe zu lesen, hat mich das so richtig reingesaugt und ich weiß noch, dass ich das wirklich fast atemlos dann irgendwie durchgelesen habe, weil es wirklich ganz spannend von den Anfängen der Elektrochemie in der Batterien bis in die, ja, kann man sagen, Istzeit, Istzeit ist dann am Ende des Buches ungefähr 2010 führt und wirklich ganz viele spannende Geschichten erzählt. Ja, also eine klare Buchempfehlung. Falls Sie noch kurzfristig Weihnachtsgeschenke suchen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können wir Ihnen das empfehlen. So, jetzt steigen wir mal direkt ein und zwar ziemlich früh beginnen wir mal im 18. Jahrhundert. Die Batterie war so ein, ja, kann man sagen, zufälliges Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen Luigi Galvani und Alessandro Volta. Die Namen haben sicher alle schon mal gehört, aber können Sie, Herr Janek, bitte nochmal ganz kurz erklären, wer waren die beiden und worum ging es da in dieser Auseinandersetzung oder womit haben die sich beschäftigt? Ja, beide waren italienische Wissenschaftler und Luigi Galvani war Anatomphysiologe, der physiologische Untersuchungen machte und ich denke, das ist vielleicht zu manchem auch bekannt, der unter anderem die Beobachtung machte, dass ein, das ist sozusagen oft auch auf Cartoons zu sehen, dass er also einen Froschschenkel aus anatomischen Experimenten nahm, irgendwo an einem Metallhaken aufhing, der offenbar zufällig in Kontakt mit einem anderen Metall, als der Haken in Kontakt kam und dann anfing zu zucken. Das war natürlich etwas Unerhörtes und in der Folge ging er davon aus, dass in Lebewesen es eine Kraft, ein Fluid um irgendetwas gibt, das tatsächlich in der Lage ist, elektrische Phänomene hervorzurufen. Volta wiederum, Physiker, glaubte an diese, sagen wir, animalische Elektrizität in der Weise, in der Galvani das sehr romantisch beschrieb, weniger und versuchte, das auf andere Weise eben im Sinn einer metallischen Elektrizität zu erklären. Und so gerieten die beiden dann offenkundig in einen relativ intensiven Streit, der am Ende aber dadurch beendet wurde, dass Volta nach Jahren der Forschung es gelang, die sogenannte Volta-Säule zu entwickeln. Also er hat dann im Prinzip versucht, das, was man physiologisch sah, also wirklich damals im Frosch-Schenkel zum Beispiel, hat er zurückgeführt auf ein einfaches Modell und ist natürlich dann typisch auch für die Art und Weise, in der Naturforschung, Naturwissenschaft heute funktioniert. Also man sieht etwas Komplexes, das nicht sofort zu verstehen ist und überführt das dann in ein Modell-Experiment. Und sein Modell-Experiment war dann letzten Endes der Aufbau der sogenannten Volta-Säule, die aus Kupfer- und Zinkplättchen bestand. Eine Variante, aber das ist sozusagen die Ur-Volta-Säule, also aufeinander gestapelt, Kupfer- und Zinkplättchen. Und dazwischen war Feuchte mit einem Elektrolyten, das heißt also mit einer wässrigen Lösung, in der dann auch noch ein Salz gelöst war, vermittelt, Separator und Elektrolyt, wie bis heute Bestandteil der Batterie, die aufeinander gestapelt, oben und unten ein Kontakt. Und vielleicht als Seitenbemerkung ist es ganz interessant, die Frage natürlich, wie man zu Plus- und Minus-Polen einer Batterie kommt. Und letzten Endes ist das, so wie ich es richtig verstehe, am Ende insofern Zufall gewesen, als er einfach gesagt hat, na gut, das obere Ende meiner Säule, das ist dann eben halt das positive Ende und unten, das ist das negative Ende. Und letzten Endes war es dann auch die zufällige Reihung der alternierenden Abfolge von Kupfer und Zink, die dazu führte, dass wir heute sozusagen diese Vorzeichen haben, Konventionen haben, wie wir sie am Ende haben. Das geht letzten Endes auch auf Volta zurück. Und damit hat er den Urtyp der Batterie entwickelt, die dann tatsächlich auch schon insofern eine Batterie war, als sie eben halt eine Abfolge von einzelnen Zellen war. Die einzelne Zelle war eine Kupferkathode, eine Zinkanode mit etwas Pappe dazwischen. Und das bewies, dass man ohne tatsächlich Lebende oder sagen wir mal ohne Biochemie, würde man heute sagen, ohne Lebewesen, auch außer von Lebewesen, Elektrizität erzeugen konnte. Das war sozusagen wirklich die Geburt der Batterie, die Woltersäule. Jetzt war es damals so, das war so ein bisschen der Startpunkt, dass ja einige Forscher dann angefangen haben, an Batterien zu forschen im Labor. Was kam denn dabei noch raus? Also welche Erfindungen oder Beweise wurden denn mit dieser Forschung noch weiter erbracht? Erstmal ist es natürlich so, dass tatsächlich dann, denke ich, die Erkenntnis von Volta sehr schnell dazu führte, dass man einfach mit anderen Metallen gespielt hat. Also statt Kupfer Silber, statt Zink Zinn verwendet und dann festgestellt, dass praktisch, ja, könnte man sagen, beliebige Kombinationen immer auch Spannung lieferten. Und das ist sozusagen, könnte man sagen, der Teil der Arbeit an der Batterie selbst, die natürlich dadurch initiiert wurde. Und seit ungefähr 1800 dann eben halt auch die verschiedenen Typen von Batteriezellen oder dazu geführt hat, dass ganz verschiedene Typen von Batteriezellen entwickelt wurden. Das ist der eigentliche Batteriezellteil selbst. Den Generator, den elektrischen, gab es auch noch nicht. Das heißt, und der Elektromagnetismus war noch nicht entdeckt. Das heißt, man hatte nur bisher über die sogenannte Leidener Flasche die Möglichkeit, über Reibungselektrizität kleine, vielleicht hohe Spannungen, aber sozusagen sehr kleine Ströme und sehr kleine Ladungsmengen zu trennen, sodass tatsächlich das Gebiet auch der ganzen, ich nenne es jetzt mal einfach ganz kurz vereinfacht Elektrik, einfach noch nicht wirklich entstanden ist. Das ist dann im Grunde Teil der Arbeit der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts. Und wie explosionsartig sich dann die Naturwissenschaft entwickelte auf der Basis, tatsächlich auch der Batterie, sieht man daran, dass schon wenige Jahre später, wenn wir mal sagen, so, Boltersäule 1800 ungefähr und dann die Verbreitung dieser Beobachtung. Schon kurz darauf haben dann Humphrey Davy und Michael Faraday in England angefangen, mit Hilfe von Batterien Stoffe zu elektrolisieren, Lösungen zu elektrolisieren, also Elektrochemie zu machen, Chemie mit Elektro, also andersrum. Die Batterie ist ja, können wir sagen, Chemie in Elektro, in Elektrik und natürlich geht das auch zurück und Davy und Faraday haben dann eben halt neue Elemente gefunden. Die ganzen sehr schwer chemisch durch Reduktion herzustellen Elemente wurden nur durch Elektrolyse, das heißt also durch das Zerlegen einer Schmelze oder einer Lösung mit elektrischer Spannung und dann Fließen von Strom, wird nur die Herrschung dieser Metalle möglich, Lithium, Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, sodass dann auch Elektrochemie als Gebiet überhaupt erst entstand und Michael Faraday gilt dann ja auch als einer der Pioniere zusammen mit Davy der Elektrochemie und nicht zuletzt die beiden Faraday'schen Gesetze, die tatsächlich ja die Menge an elektrischer Ladung, die man durch einen Stromkreis schickt und dann durch eine elektrochemische Zelle schickt, eins zu eins verknüpft werden mit dem Umsatz an Chemie, also mit einer Reaktion und einem Reaktionsumlauf. Und die Faraday-Konstante, mit der wir bis heute Michael Faraday würdigen, von der Faraday-Konstante 96.488 Coulomb pro Mol, in Molar ausgedrückt, und wenn wir das Atomar betrachten, kommen wir letzten Endes zur Elementarladung. Das ist etwas, was natürlich auch dann die Physik ganz maßgeblich beeinflusst hat. Also, das ist der andere Punkt dann. Die Elektrochemie ist entstanden und die daraus resultieren in industriellen Verfahren, aber vor allen Dingen, und das ist vielleicht auch eine witzige Geschichte, die Fletcher in seinem Buch beschreibt, dass dann Örstedt, der Physiker ist, in einer Vorlesung dann eine Leiterschleife, das macht man ja ganz einfach, also Batterie, Leiterschleife und dann vielleicht noch ein Widerstand oder etwas, dort hat er einen Stromfluss in einer elementaren Leiterschleife und zufällig daneben einen Kompass, und er sah, dass bei Stromfluss tatsächlich die Kompassnadel ausschlug. Und das war der Beginn der Entdeckung des Elektromagnetismus, und wir wissen ja, wohin der Elektromagnetismus dann am Ende geführt hat. Also, das Ganze wurde dann an Maxwell gesehen und führte dann natürlich wirklich zur Formulierung der Maxwell'schen Gesetze und der Entdeckung oder der Formulierung des Elektromagnetismus und der Tatsache, dass man auf diese Art und Weise dann natürlich auch zum elektrischen Generator kommt, zum Elektromotor kommt, zur Tatsache, dass wir Bewegung, also auch mechanische Bewegung in elektrische Arbeit, in elektrische Energie umwandeln können, Mitte des 19. Jahrhunderts, und dann sind wir eigentlich auch schon ja am Beginn der Industrialisierung, und das Ganze geht rasant weiter. Wie war das bei den Batterien, als die dann letztendlich Mitte des 19. Jahrhunderts das Labor verlassen haben? Für welche Anwendungen wurden die dann genutzt zum ersten Mal? Ja, da muss man sagen, also ein ganz wesentlicher Schritt war sicherlich zu dem Zeitpunkt, Mitte des 19. Jahrhunderts, ungefähr, sagen wir, 1850, 1860, wurde unter anderem von Planté der Bleiakku entwickelt, den wir alle heute auch noch kennen, als Starterbatterie in Fahrzeugen, also eine Batterie, deren Prinzip darauf beruht, dass wir auf der Anodenseite Bleiplatten haben und auf der Kathodenseite Bleioxidplatten haben, PbO2, also ein Bleiatom, zwei Sauerstoffatome und diese beiden Elektroden dann über einen flüssigen Elektrolyten oder ein Gel, heute auch oft Gelpolymer-Elektrolyte, modernen Bleiakkus, die ja extrem wartungsfrei mittlerweile sind und an denen immer noch gearbeitet wird, die enorm zuverlässig funktionieren. Diese Bleiakkus, die wurden damals entwickelt, Sulfatelektrolyten, funktionierten wirklich ganz fantastisch, sehr, sehr zuverlässig und mit den Bleiakkus begann dann tatsächlich auch natürlich eine neue Phase der Elektrifizierung. Damit wurde dann eben halt auch erstmals das Elektromobil möglich und die ersten Fahrzeuge, also im Individualverkehr, die ersten mobile, waren dann eben halt natürlich tatsächlich Elektrofahrzeuge, unter anderem mit Bleiakkus, aber zu dem Zeitpunkt hatte man natürlich auch schon andere Batterien entwickelt, aber ich glaube, dass der Bleiakku zum damaligen Zeitpunkt ein ganz wesentlicher Bestandteil der frühen Elektromobilität war und das ist sicherlich auch etwas, das müssen wir uns heute vor Augen führen, damals gab es erst Elektromobilität, das heißt, die erste Mobilität, die man sozusagen tatsächlich automobil erfuhr, war leise, also da gab es kein Lärm, es stank nichts und man musste auch nicht aus der Apotheke oder aus einem Chemieunternehmen tatsächlich den Treibstoff besorgen, der Otto-Motor in der kommerziellen Form, der wurde erst dann in den 80er Jahren, also in den 1880er Jahren, Otto-Motor, die entscheidenden Entwicklungen liefen dann auf der Basis des Otto-Motors und dann bei Gottfried Daimler wurde meines, meiner Erinnerung nach, glaube ich, 1886 wirklich das erste Fahrzeug mit Otto-Motor betrieben, davor gab es aber elektrische Fahrzeuge, der Otto-Motor war dann auf den ersten Blick nicht wirklich attraktiv, also es war laut, es stank und es musste mit mechanischer Kraft angekurbelt werden, um den Motor sozusagen zum Starten zu bringen, dabei ging so mancher Unterarm zu Bruch und ja, es war also nicht unbedingt attraktiver, aber ganz klar, die Reichweite mit einem fossilen Brennstoff war dann am Ende größer und das eigentliche Ende der frühen Elektromobilität war dann die Tatsache, dass man den elektrischen Anlass entwickelt hat, also als es dann so war, dass man eben halt wie bei der Batterie, also beim Batteriebetrieb mein Fahrzeug, wo man ja einfach nur einen Hebel umlegen musste und man konnte losfahren, lautlos und ohne Gestank, war es so, dass mit dem Otto-Motor jetzt auch nicht mehr gekurbelt werden musste, man hat den elektrischen Anlasser betätigt, der Motor startete zwar mit Gestank und mit Lärm, aber es ging voran und man konnte weiterfahren und damit sind wir natürlich eigentlich auch wieder fast also von 1880, 1890 in der Istzeit, wo wir ja dann auch bei der wieder bei der gleichen Reichweiten Sorge sind, die uns ja heute ja als Kunden von Automobilherstellern immer noch umtreibt. Vielleicht nehmen Sie uns an dieser Stelle nochmal mit in diese Zeit. Daniel und ich haben eine Ausstellung kuratiert hier in Ulm, auf der wir relativ breit das erste deutsche E-Auto vorgestellt haben, das war der Flocken-Elektrowagen aus Coburg, damals mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 kmh. waren das tatsächlich auch erste bleibasierte E-Autos und nochmal die Frage, also hat man sich damals schon die Frage gestellt, wie weit komme ich jetzt mit diesem E-Auto im Gegensatz zu vielleicht Kutsche oder eben zu den ersten Otto-Motoren oder was war sozusagen das Mindset der Menschen von damals? Na, ich glaube, wir sind ja in der Zeit, in der ist ja schon zuvor auch die Dampfmaschine, die ist ja zuvor entwickelt worden und wir sagen, der erste öffentliche Verkehr auf der Basis von Lokomotiven, die mit Dampfmaschinen betrieben wurden, den gab es ja schon und da, wenn man da nochmal ein bisschen nachschaut, in die, also einfach auch in den Mindset der Menschen, zu Beginn war ja überhaupt diese nicht über Pferde Kraft betriebene Mobilität ja etwas Unerhörtes, das die Menschen ganz nervös machte und die Frage, ob man nicht auch durch die Geschwindigkeiten, die erreicht wurde, krank würde, also das war natürlich alles unerhört, wir kommen in die Phase der Weltausstellung, in denen die menschlichen, die zivilisierten, technisierten Gesellschaften, vielleicht nicht die zivilisierten, aber die industriell geprägten Gesellschaften, zunehmend geprägten Gesellschaften, ja auch ganz massive Veränderungen ihrer Umwelt erfuhren, zu dem Zeitpunkt kommen auch in die Phase, in der zum Beispiel elektrische Leuchtmittel entwickelt werden, in dem Maße, in dem Elektrizität verfügbar wurde. Zuvor war man nicht gewohnt, dass wir die Nacht zum Tage machen. Man hat letzten Endes mit Tag und Nacht viel mehr leben müssen, hatte natürlich Kerzen, klar, Wachs, aber das war alles eine Beleuchtung, die nicht zufriedenstellend war. Mit der Entwicklung, also mit der Entdeckung des Elektromagnetismus, der Entwicklung von Elektromotor, des Generators, hat sich unser gesamtes Leben ja massiv umgekrempelt. Und zwar fortwährend, bis heute letzten Endes und damals war das sicherlich, also wenn ich mich versuche, die Zeit zurückzuversetzen, sicherlich was ganz Unerhörtes und hat die Menschen sicherlich fasziniert und das hat man sicherlich auch in der Begeisterung der frühen Weltausstellung, wo ja viele dieser Innovationen dann auch erstmals demonstriert wurden, gespürt. Das hat die Menschen, das hat auch damals schon die im Entstehen befindliche globale Gesellschaft natürlich im wahrsten Sinne des Wortes, elektrisiert. Bei der Gelegenheit ist es vielleicht ganz nett, kurze Anekdote einzuwerfen. Das ist auch die Zeit, in der Mary Shelley, die ja mit einer ganzen Reihe von europäischen Dichtern und Poeten unterwegs war, auch unter anderem an Europa-Reise zum Genfer See und dann legendär am Genfer See ein furchtbar wettertechnisch furchtbar schlechte Zeit verbrachte, sodass die versammelte Gesellschaft auf die Idee kam, sich gegenseitig Geistergeschichten zu erzählen. Und Mary Shelley's Geschichte, die wir alle heute kennen, das ist die Geschichte von Dr. Frankenstein, ist natürlich etwas, die auch auf diese elektrisierte Gesellschaft und auf diesen Gedanken der Elektrifizierung natürlich zurückzuführen ist und auch die frühen Gedanken der animalischen Elektrizität, die ja schon von Galvani herrührt. Wir sind also wieder auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts und Phase auch der Romantik, wo Mary Shelley die Geschichte erzählt eines Arztes, der versucht, mit Elektrizität dann aus Leichenteilen zusammengesetzten toten Menschen wieder zum Leben zu erwecken und dem das dann ja auch gelingt. Und die Geschichte, glaube ich, kennen wir alle, die ist ja wirklich Teil der menschlichen Kulturgeschichte geworden, also der durch Elektrizität wiederbelebten Leiche. Und da ist es vielleicht ganz interessant, das ist eine Geschichte, die ich auch immer sehr gerne erzähle, Mary Shelley ist durch Europa gereist, ist den Rhein runtergereist und sie hat offenbar auch dann, wenn man dann einen Abstecher macht, zu Darmstadt, da gibt es die Burg Frankenstein und die Burg Frankenstein ist sozusagen der Stammsitz derer zu Frankenstein und die hatten also einen Zögling, der eine ganz schillernde Person war und dieser Herr Frankenstein hat nun zufällig in Gießen studiert und hat dann immer, wenn es ihm nicht gut ging, sich auf seinen Stammsitz zurückgezogen und so wie die Geschichte sagt, die er gerne auch ein bisschen in Legenden entwickelt, dort auch mit Leichenteilen experimentiert und es ist dann so, dass tatsächlich es gut sein kann, dass Mary Shelley sich tatsächlich durch den Dr. Frankenstein, der in Gießen studiert hat, ursprünglich Theologie, hat inspirieren lassen für ihre Geschichte vom Dr. Frankenstein, der mit Elektrizität einen neuen Menschen schafft. Ja, eine sehr schöne Anekdote. Ich würde gerne nochmal wieder auf die Entwicklung der Batterie zurückkommen und zwar hat ein sehr, sehr bekannter Erfinder, nämlich Thomas Edison, tatsächlich auch an Batterien geforscht, was mir vorher nicht so bekannt war. Könnten Sie vielleicht mal kurz erklären, an was er genau geforscht hat, also an welchen Materialien auch? Ja, ich glaube, da kommen wir zu dem Thema, das uns ja bis heute umtreibt. Gibt es nicht doch noch die bessere Batterie? Also die Blei-Akku, der Blei-Akku, also die Blei-Oxid-Batterie war funktional, aber sie ist natürlich tatsächlich sehr schwer und hat eine relativ geringe spezifische Energie, das heißt also, die Energie, die wir pro Masse speichern können, ist relativ gering und wir wollen natürlich nicht immer nur Anwendungen betreiben, wie ein Gabelstapler, bei dem tatsächlich die Masse der Batterie gleichzeitig günstig ist, weil sie den Gabelstapler, könnte man sagen, in Balance hält, wo also das Gewicht des Blei-Akku tatsächlich ausnahmsweise mal vorteilhaft ist, so würde man sagen, ansonsten ist sie ja eher von Nachteil und Thomas Alpha Edison hat sich eben halt auch, er war in gewissem Sinne schon ein Multitalent, das sich mit unglaublich vielen Dingen beschäftigt hat, über 1000 Patente in Zeit seines Lebens eingereicht hat, über 100 Patente im Zusammenhang mit Batterien und er hat die sogenannte Nickel-Eisen-Batterie entwickelt, eine Batterie, die tatsächlich dann eine deutlich höhere, nämlich rechte Erinnerung ungefähr dreimal so hohe spezifische Energie hat, wie der Blei-Akku, daran hat er sehr, sehr lange entwickelt und ist tatsächlich dann am Ende auch zum Erfolg gebracht. Dieses Weiterentwickeln von Batterien, das zieht sich dann ja durch die weitere Geschichte durch, da können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen, weil es dann ja weitere Wellen der Elektromobilität gibt, der Batterieentwicklung, aber im Grunde war mit dieser Entwicklung der Batterie von Edison, der Nickel-Eisen-Batterie dann auch eigentlich schon die Zeit erreicht, in der dann das Verbrenner getriebene Fahrzeug einfach obsiegte, man konnte weitere Strecken fahren, man konnte höhere Geschwindigkeiten erreichen, sodass die Elektromobilität im Individualverkehr ihr Ende fand und die Batterien schlicht und ergreifend natürlich weiter entwickelt wurden für andere Anwendungen, aber aus dem Elektromobilien, also aus dem PKW-Bereich, aus der individuellen Fortbewegung erst einmal verschwanden. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, dass da tatsächlich auch schon Lithium im Spiel war. Welche Rolle hat es dann in seinen Batterien damals gespielt schon? Ja, das ist ein ganz interessantes Detail. Lithium hat er damals als Lithiumhydroxid, das ist sozusagen also die die Base LiOH eingesetzt als ein Additiv. Das hat er zum Elektrolyten seiner Nickel-Eisen-Zellen zugesetzt und damit wurde dann tatsächlich das Laden und Entladen dieser Zellen verbessert. Und man könnte sagen, also das Lithium war schon sehr früh in Batterien, aber eben halt wirklich nur als Additiv. Und dieser Begriff des Additivs, der spielt ja heute auch in der aktuellen Batterie, in der dann aber tatsächlich das Lithium das Element ist, dass eben halt wirklich auch die Speicherfunktion in den Elektroden mit garantiert, indem das Lithium dort wirklich eingespeichert wird in den beiden Elektroden in der Lithium-Ionen-Batterie. Aber da ist es auch so, wir arbeiten ja bis heute in Lithium-Batterien mit flüssigen Elektrolyten. Diese flüssigen Elektrolyte beinhalten ja bis heute mindestens mal ein Lösungsmittel oder ein Cocktail von Lösungsmitteln, die so optimiert sind, dass der Elektrolyt auch bei den Temperaturen, bei denen wir arbeiten wollen, flüssig bleibt und möglichst viel Leitsalz aufnimmt, also ein Lithium-Salz, das ist heute LIPF6, also das Lithium-Hexafluorophosphat, das mit einer sehr relativ hohen Konzentration gelöst wird. Aber es gibt weitere Substanzen, Stoffe, die in Elektroden reingegeben werden, die man alle ganz allgemein als additive bezeichnet, die Funktionen übernehmen, wie zum Beispiel dann Flammschutz sind oder eben halt die Elektroden Lithium-Funktion sichern während der Laufzeit einer solchen Zelle und ein typischer moderner Elektrolyt einer Lithium-Ionen-Batterie ist heute ein Cocktail, in dem durchaus 12, 13, 14 Komponenten, wenn man so will, zusammengemixt werden, um dann als Cocktail, als Elektrolyt, genau die Batteriefunktion zu erlauben, die wir heute natürlich sehen, auch haben wollen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung ins 20. Jahrhundert schon. Sie haben es gerade schon anklingen lassen, Lithium hat im Prinzip die gesamte Batterietechnologie revolutioniert und eine große Rolle hatte auch der spätere Nobelpreisträger John Goodenough gespielt. Erklären Sie mal bitte, was hat er genau gemacht, was waren so seine Erkenntnisse oder auch seine Entwicklungen? Ja, John Goodenough ist natürlich, muss man schon sagen, und da bin ich auch immer voller Bewunderung, ist natürlich ein Phänomen. Er wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nächstes Jahr, 100 Jahre alt, ist faktisch immer noch aktiv und er ist von hinaus als Physiker, hat sich, glaube ich, ursprünglich auch mit dem Radar, also wirklich mit physikalischen Phänomenen beschäftigt, auch während des Zweiten Weltkriegs und danach mit anderen Dingen beschäftigt. Also er hat als Physiker, das sei immer allen Chemikern ins Stammbuch geschrieben, als Physiker einige der wichtigsten elektrochemischen Innovationen, Material Innovationen nach vorn gebracht und vielleicht ist seine wichtigste Entwicklung, für die er ja auch unter anderem den Nobelpreis bekommen hat für Chemie, als Teil sozusagen des Dreierteams, Wittingham, Aquino, Rudeneff, die den Nobelpreis für die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie bekommen haben. Sein Anteil ist unter anderem das Lithium-Cobaltoxid als Kathodenmaterial entwickelt zu haben und das ist das Material, das wir heute als, ich sage mal als Muttermaterial auf der Kathodenseite haben. Das ist ein schichtförmig aufgebautes Material, in dem zwischen Kobalt-Oxid-Schichten Lithium eingebaut werden kann. Auf der Anodenseite, das wurde auch über Jahrzehnte entwickelt, wusste man bereits, dass man in Graphit Lithium einlagern kann. Also zwischen die einzelnen Graphen-Schichten des Graphits kann Lithium eingelagert werden, gibt dabei Elektronen an die Graphen-Schichten ab, die Lithium-Ionen zwischen den Schichten und auf der Kathodenseite kann man das mit diesem Lithium-Kobaltoxid auch machen. Man kann also Lithium rausziehen aus Lithium-Kobaltoxid und wenn man das beides kombiniert, kommt man eben halt zur Lithium-Ionen-Batterie, die nach dem Prinzip, das ist ein Wort, das damals so geprägt wurde, nach dem Schaukelstuhl-Prinzip, das Lithium wird dann sozusagen aus dem Lithium-Kobaltoxid herausgenommen, durch den Elektrolyten in das Graphit eingebaut, wir laden die Zelle auf, verteilen das Lithium um und wenn es dann aufgeladen ist, wie wir entladen wollen, dann wird das Lithium wieder zurück transportiert vom Graphit zum Lithium-Kobaltoxid und wir sind wieder entladen und das alles bei Spannungen, die eben halt bis zu, ja, bis in den 4-Volt-Bereich hinauf gehen, wenn man mit einem organischen, nicht wässrigen Elektrolyten arbeitet und das war dann natürlich noch mal eine ganz, ganz maßgebliche Entwicklung. Sam Whittingham hat vorher schon mit Lithium-Titan-Sulfid gearbeitet, da kommt man aber nur so in den 3-Volt-Bereich hinein und es war vor allen Dingen auch Akino, also ein japanischer Kollege, der wirklich auch die Lithium-Ionen-Batterie als Seuche, als Zelle vorangebracht hat und ich denke, dass was Goodenough auszeichnet ist, wirklich in einer Reihe von Materialentwicklungen ja später auch das Lithium-Eisen-Phosphat, das uns heute ja auch wieder beschäftigt, das ohne Kobalt auskommt, sondern wirklich nur Eisen als Übergangsmetall beinhaltet, das ja wirklich ein Metall ist, das ganz ganz unkritische Ressource, unkritische Ressource gilt und vermutlich in hohem Maße auch jetzt in den zukünftigen Fahrzeugbatterien verwendet wird, auch das Lithium-Eisen-Phosphat entwickelt als Kathoden-Material und eine ganze Reihe weiterer Materialentwicklungen, aber ich denke, das Lithium-Kobeloxid und das Lithium-Eisen-Phosphat sind die beiden Materialien, die alleine schon im Grunde genommen seine Entwicklungen globalpreiswürdig gedacht haben. Das Lithium-Eisen-Phosphat wurde ja Ende der 90er entwickelt, die anderen Entwicklungen, die Sie gerade beschrieben haben, die dann letzten Endes zur Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie generell geführt haben, fangen ja schon so 1950er, 60er, 70er an. Sagen Sie doch mal, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis dann wirklich der Durchbruch der ersten Sony-Applikationen da 1991 dann auf den Markt kommen? Also warum hat das wirklich noch mal 20, 30 Jahre gedauert, dass es da erste Anwendung gab? Nun erst hat man natürlich, also wir sind damit ja quasi am Aus, also am Endpunkt der zweiten Batteriewelle. Die zweite Batteriewelle, also nach der ersten Batteriewelle um das, um 1900, 1910 herum, die ja dann mit dem Otto-Motor endete, begann die zweite Batteriewelle eigentlich damit, dass die Otto-Automobilität, die Verbrenner- Mobilität natürlich ein solches Ausmaß angenommen hatte, insbesondere in den USA, denke ich, wo natürlich damals so große, ich sag mal, Schiffe als Autos durch die Gegend fuhren mit einem enormen Benzinverbrauch, dass erstmals wirklich Smog entstand, also man merkte, dass das Verbrennen Umweltprobleme mit sich prägt und gleichzeitig die fossilen Ressourcen endlich sind. Das führte dann zu den Ölkrisen und erstmals ganz klar erkennbaren Konflikten, die ökonomisch entstehen und am Ende ja bis zu, könnte man sagen, kriegerischen Konflikten führen können und führte zu einer wirklich massiven Intensivierung der Erforschung von Batterien und Elektrofahrzeugen. Alle großen, viele große Konzerne haben damals Arbeitsgruppenteams für Batterien gegründet und John, Stanley Whittingham hat zu der Zeit für Exxon gearbeitet und hat dort ein großes Batterieteam geleitet. Und ja, damals gab es Entwicklungen, die auch heute noch bekannt sind, also zum Beispiel wurde bei Ford unter anderem der Natum-Schwefel- Akku entwickelt, also eine Hochtemperaturzelle, in der flüssiges Natrium mit Schwefel umgesetzt wird über eine keramische Membran bei 300, 400 Grad allerdings passieren muss eine wirklich wunderbar funktionierende Batterie mit hoher spezifischer Kapazität, aber den Nachteil hat, geheizt werden zu müssen und den Nachteil hat, dass die keramische Membran relativ brüchig ist und wenn es da einen Unfall gibt, dann gibt es also tatsächlich einen kaum löschbaren Brand durch die Reaktion zwischen Natrium und Schwefel. Aber es wurden damals Batterien entwickelt, die natürlich super funktionierten und als dann die Idee entstand, auf Interkalationsbasis, das ist sozusagen die eigentlich Idee, Graphit und Lithium-Kohldoxid zu kombinieren. Beides sind Interkalationselektroden. Das hat man lange Zeit, glaube ich, einfach nicht für realistisch erachtet und hat das als Hirngespinst betrachtet, obwohl man zum Beispiel die Graphit-Interkalationen sollen sehr früh, dazu ist die Chemie dazu, ist in Deutschland entwickelt worden und erstmals auch untersucht worden. Das war zu Beginn nicht konkurrenzfähig und auch das Lithium-Cohldoxid und das Lithium-Eisenphosphat als good enough, dass in seinem Labor mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erstmals untersuchte, hat das überhaupt nicht brillant funktioniert. Er hatte offenbar den Instinkt, dass das aber besser funktionieren muss und hat dann durch Materialoptimierung, durch intensive Arbeit gezeigt, dass es dann doch sehr gut funktionieren kann. Er hatte also offenbar auch den richtigen Instinkt. Ja und so ist es dazu gekommen, dass dann nach langjährigen Untersuchungen und Entwicklung vor Untersuchungen, also auch erst Anfang der 90er Jahre wirklich bei Sony, von Sony der erste Lithium-Ionen-Akku als Knopfzelle wirklich kommerzialisiert werden konnte. Dann aber in der Folge, und da sind wir schon lange, könnte man sagen, wieder nach dem Ausklang der Ölkrisen. Es war schon zuvor dazu gekommen, dass eigentlich die großen, General Electric zum Beispiel, dass der CEO, der Chef von General Electric sagte, okay, without a market, what is the sense of development? Benzinpreise waren wieder niedrig. Es war also überhaupt offenbar ökonomisch nicht mehr vernünftig, Batteriefahrzeuge zu entwickeln. So, würde man sagen, implodierte dann auch in der Folge des Endes der Ölkrisen die Batterieforschung. Die ganzen Industrieangestellten Forscher wie Whittingham gingen in die Universitäten, haben dort weitergearbeitet. Ja und mit dem, sagen wir dann folgenden Sieg der Lithium-Ionen-Batterie, zuvor hat man Lithium-Metall-Batterien mit einer Schichtkathode entwickelt. Dort war ein anderer Forscher, der heute eine ganz große Rolle spielt, der nämlich, wenn man so will, der Chef-Batterieforscher für Tesla ist. Das ist Jeff Dahn in Halifax in Kanada. Der hat die ersten kommerzialisierten Lithium-Metall-Sulfid-Batterien gebaut, die damals allerdings mit Lithium-Metall-Elektrode nicht stabil funktionierten. Und dann führte das in den ersten kommerzialisierten noch relativ großen Mobiltelefonen zu Bränden an den Ohren der Besitzer. Das war nicht so erfreulich. Und so war dann die frühe Lithium-Metall-Batterie eigentlich kein Erfolg, weil man mit Metall arbeitete. Und erst tatsächlich das Nutzen des Grafits, also der Verzicht auf Metall und das Einbauen einer Grafit-Elektrode, die Lithium dann aufnimmt, das war dann der Erfolg der Lithium-Ionen-Batterie. Und damit begann der Siegeszug der Lithium-Ionen-Batterie, den wir natürlich heute dann sehen. Dann mit der Hinwendung eigentlich zu Elektroautos begann 2008 ungefähr so ein regelrechter Batterie-Boom. Da interessiert mich, wie hat sich denn dieser Boom genau geäußert? Und wie ist das für Sie so als Batterieforscher gewesen, dass dann plötzlich im Prinzip die ganze Welt so auf diese Technologie schaut? Das muss ja dann unglaublich viele neue Möglichkeiten auch so für Sie eröffnet haben. Ja, erstmal war ich zu der Zeit überhaupt gar kein Batterieforscher. Und ich mag ja irgendwie den Begriff des Batterieforschers auch gar nicht so sehr, sondern ich bin eigentlich Physikochemiker im Gebiet der Elektrochemie. Also Physikochemiker bin ich in jedem Fall. Vielleicht bin ich noch Elektrochemiker, aber Batterieforscher ist so ein Wort. Ja, das wird so oft genommen. Zu dem Zeitpunkt, also ich würde sagen, meine Erinnerung nach 2006 ungefähr so herum, hat Toyota den Prius erstmals vermarktet mit einer Nickel-Metallhydrid-Batterie, also eine Batterie, die auch sehr gut funktionierte und bis heute eigentlich auch von vielen intensiv untersucht wird. Die hat damit den Toyota Prius ausgestattet. Und der fuhr plötzlich dann lautlos von so manchem Parkplatz los. Und das hat wirklich damals die Automobilhersteller, die anderen, im negativen Sinne elektrisiert. Die waren also geschockt. Man hatte sich zum damaligen Zeitpunkt sehr oft auch auf Wasserstoff- und Brennstoffzelle konzentriert und plötzlich fuhren Batteriefahrzeuge. Und das hat tatsächlich damals diese große Welle an Erforschung der Lithium-Batterien für größere. Also nicht für die Kommunikationstechnologie. Das waren ja alles kleine Zellen. Die Idee entstand, dass man eben halt auch große Lithium-Ionen-Batterien in Fahrzeuge einbauen könnte, die entwickelt werden müssten. Und natürlich die ganzen Fragen der Sicherheit und des Upscaling entstanden dann. Aber ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich jemand, der hat sich mit Hochtemperatur-Brennstoffzellen beschäftigt. Und ich hatte eigentlich, als ich habilitiert habe 1997, für mich aktiv damals wirklich auch gesagt, vielleicht war das falsch. Aber im Nachhinein, war es nicht falsch, glaube ich, hab ich gesagt, naja, also mit Lithium muss ich mich 1997 nicht beschäftigen. Das machen die ganzen Kollegen in Japan ja sehr gut. Die Kommunikationselektronik ist auch da. Also warum soll ich mich hier in Deutschland mit diesem Thema beschäftigen? Und so haben es viele andere auch, denke ich, gedacht. Und hab mich weiter mit Brennstoffzellmaterialien beschäftigt. Aber es war dann doch die Zeit, in der manches zusammen passierte. Sieben, acht, ja, die Industrie hat Alarm gemeldet. Deutsche Industrieunternehmen zusammen haben eine Stiftungsprofessur eingerichtet, die dann in Münster lokalisiert wurde. Darauf wurde Martin Winter berufen. Das war so ein weiteres Schlüsselelement, denke ich. Es gab damals in Deutschland ganz wenige Personen eigentlich noch. Margret Wohlfahrt-Mehrens in Ulm, die auch so eine sicherlich der Pionierfiguren in Deutschland ist. Und ja, es entstand dann, und dann kommt noch dazu, muss man ja auch sagen, in die Zeit zurückgedacht, gab es die große Bankenkrise, eine große ökonomische Krise, die dazu führte, dass es in Deutschland Konjunkturpakete gab. Also sehr viel Geld auf die Straße gebracht wurde, um die Konjunktur anzukurbeln. Und ich kann mich erinnern, dass damals eben mal wirklich es eine Alarmstimmung gab, dass in Deutschland tatsächlich die Elektrochemie fast ausgestorben war. Es gab wenige lebende und arbeitende Elektrochemiker und Elektrochemikerinnen und man hat damit sehr viel Geld das wieder angekurbelt. Davon habe ich selbst sehr stark profitiert, habe aber auch erst dann wirklich 2011 eine erste Arbeit zu Lithium-Elektrochemie publiziert. Und ja, was dann kam, war wirklich, oder was damals passiert war, war wirklich so eine Art Lithium-Rausch, kann man sagen. Das hat ganz viele natürlich angetrieben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Firmen haben ganz intensiv angefangen, Forschung zu treiben. Es wurden Forschungsabteilungen aufgebaut. Und das hält ja in gewissem Sinne bis heute an. Das materialisiert sich ja wirklich auch in einer Kommerzialisierung großer Lithium-Ionen-Batterien. Gigafactories entstehen. Und mich hat das natürlich auch als Forscher ganz maßgeblich beeinflusst. Also meine Gruppe war damals eine gut überschaubare, kleine, universitäre Gruppe. Und mit dem Lithium-Rush, mit dem Lithium-Rausch, der dann im Grunde über die Forschungseinrichtungen kam und durch die Industrie ging, haben sich dann viele Gruppen stark vergrößert. Es gab nicht viele Gruppen. Und meine Gruppe heute, fast hier in Gießen, war je nach Stand so ein bisschen, je nach Jahreszeit, 50 bis 60 Personen. Und das alles wäre ohne den Einstieg in die Elektrochemie der Batterien sicherlich nicht möglich gewesen. Also mein Leben ist vielleicht ein Schlag anstrengender gewesen, aber natürlich unglaublich spannend geworden, weil es natürlich wirklich spannend ist, plötzlich an Themen zu arbeiten, an Fragestellungen zu arbeiten. Auch die Studierenden finden das natürlich aufregend, Fragestellungen zu arbeiten, die relativ unmittelbar schnell auch in einer Anwendung münden können oder eine Anwendung verändern können. Und das ist ja auch etwas, was den Exzellenzcluster in Karlsruhe und Ulm umtreibt. Die Frage, wie dann auch die nächste Zukunft oder übernächste Zukunft von elektrochemischen Zellen aussehen kann und ob es da weitere Entwicklungen gibt auf diesem Weg, der ja 1800 begangen hat. Wir denken an Volta. Ja, vielleicht 2006 so einen Kick gekriegt hat, in dem Toyota erstmals wirklich Elektrofahrzeuge massiv in den Markt gebracht hat. Tesla hat das dann verstärkt mit Panasonic und konsequent sozusagen weiter kommerzialisiert und ist natürlich ein wahnsinniger Treiber, der die ganzen anderen Automobilhersteller auch treibt, sodass wir sagen können, naja, wir haben jetzt im Grunde ungefähr grob 220 Jahre Batterie, aber diese Entwicklung ist beileibe nicht abgeschlossen. Ja, das würde mich zu meiner letzten Frage bringen. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Batterie? Welche Systeme sehen Sie da denn in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten denn ja dominant? Ja, wenn man mal ganz kurz zusammenfasst und sagt, okay, wo ist der Stand heute? Dann ist der Stand heute da, dass wir sagen, okay, Zellen, deren Elektrolyt darauf basiert und deren Elektroden auch darauf basieren, dass wir mit einfach geladenen Ionen arbeiten. Und das ist das Lithium oder das ist das Natrium-Ion. Das Natrium-Ion würde ich so ein bisschen abgesetzt sehen, weil die gesamte Natrium-Elektrochemie natürlich ähnlich funktioniert wie die Lithium-Elektrochemie. Ähnliche Materialien, aber das Natrium gilt natürlich als leichter verfügbar. Aber alle elektrochemischen Systeme, die wir auf Natrium bauen haben, sind immer etwas leistungsschwächer, als das Lithium ist. Das heißt also, die Lithium-Systeme könnte man sagen, werden immer Premium-Systeme sein. Es kann aber durchaus sein, dass aus Ressource- und Kostengründen vielleicht doch am Ende auch Natrium-Systeme sich in einigen Teilen des Batteriesektors durchsetzen werden. Wenn man da jetzt weiter will, dann müsste man sagen, naja gut, also die einwertigen Ionen sind eigentlich erschöpft. Es wird wenig Sinn machen, zu Kalium weiterzugehen. Silber- und Kupferbatterien gibt es, aber Silber und Kupfer sind keine Ressourcen, mit denen man arbeiten will. Die erreichbaren Spannungen sind noch nicht groß. Das heißt, die Elektrochemie der einwertigen Ionen, könnte man sagen, die ist sicherlich jetzt, die läuft auf eine Sättigung der Entwicklung hin. Und dann ist die Frage, ob wir mit mehrwertigen Ionen werden arbeiten können. Und dann geht mal im Periodensystem eine Gruppe weiter von den Alkalimetallen zu den Erdalkalimetallen und kommt dann, das leichteste Element, da ist das Beryllium, das ist toxisch und das wird man nicht verwenden wollen. Aber das Magnesium, das Magnesium, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist wirklich ubiquitär, das ist beliebig verfügbar. Und es gibt viele Anstrengungen und das ist auch ein Thema, das den Exzellenzcluster in Ulm und Karlsruhe, von der Gruppe von Max Fichtner, aber auch bei uns umtreibt, ob man die Magnesium-Elektrochemie zu einem Erfolg bringen kann. Das Problem hier ist, Magnesium-Ionen sind zweifach geladen. Wir transportieren damit also die doppelte Ladung, das ist der Charme der ganzen Angelegenheit. Wir können also damit möglicherweise sehr viel höhere Speicherkapazitäten erreichen. Aber das zweiwertige Ionenwechsel wirkt elektrisch eben halt auch sehr viel stärker mit seiner Umgebung. Und das führt dazu, dass das Magnesium-Ionen dann eben halt kinetisch, also von seiner Bewegung her, Probleme hat. Und diese Probleme versucht man heute in den Griff zu kriegen. Also die Magnesium, vielleicht auch sogar die Calcium-Elektrochemie, das sind Themen, an denen intensiv gearbeitet wird. Also multivalente Ionen. Und ein anderes Thema sicherlich ist die Frage, ob man nicht doch am Ende nochmal die Metall-Sauerstoff, also die Metall-Luft-Batterie, zu einem Erfolg bringen kann. Das ist also ein weiteres Thema, das auch schon sehr früh in den 60er, 70er Jahren entstanden ist. Aber aufgrund der Redox-Chemie, der sehr komplexen Redox-Chemie des Sauerstoffs, die man zivilisieren muss, und der Metallanode, die man zusätzlich dann auch in den Griff kriegen muss, ein schwieriges Thema ist, an dem weltweit aber auch gearbeitet wird. Also das sind so zwei Entwicklungsrichtungen, an denen intensiv gearbeitet wird. Und ich persönlich denke, dass es sicher interessant ist, zu schauen, ob man zu Batterien kommt, in denen wirklich polyvalente, also mindestens mal bivalente, zweiwertige Ionen dann den Ladungstransport im Elektrolyten übernehmen. Man sieht, es bleibt spannend. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Professor Janek. Vielen Dank auch für diesen Rundumschlag. Ich glaube, dann wird es für viele Hörerinnen und Hörer auch nochmal klarer, wo Batterieforschung herkommt und wo es vielleicht hingeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Und wenn Sie Fragen oder Themenvorschläge haben, dann können Sie die stets senden an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder bei Twitter an helmholzulm oder clusterpolis. Wir wünschen Ihnen allen schöne Feiertage. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Janek. Kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ihnen allen ein frohes, gesundes und entspanntes Weihnachtsfest. Und träumen Sie ab und zu von der schönen Batteriewelt. Und ich bin überzeugt, dass die Elektrifizierung uns weiter in Atem hält. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage, Ulm und Karlsruhe, kurz CELESTE, einer Forschungsplattform des Karlsruhe Instituts für Technologie der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.